Das Meer. Endloser Horizont. Das war mein Zuhause. Einige der grausamsten Verbrecher und Verbrecherinnen des Landes warten in einer Haftanstalt auf die Vollstreckung ihrer Todesstrafe. Nur, wenn sich die Insassent Stone dazu bereit erklärt, den Gefängnisärzten als Versuchskaninchen zu dienen, kann sie dem elektrischen Stuhl entkommen. Also, haben Sie Interesse? Doch als das Experiment außer Kontrolle gerät, wird die Insel zur zombieverseuchten Todesfalle. Herrgott nochmal! Wo zum Teufel kommt der denn her? Er wollte aus den Labors fliehen, aber er ist auf halbem Weg krankgeworfen. Ein dystopisches Horror-Debüt aus Großbritannien von Russell Owen mit Jess Shangliau und Tom Clegg aus dem Jahre 2020. In Made Zero In Made Zero In Made Zero In Made Zero In Made Zero